sind wir schon im dritten weltkrieg oder nicht clever aber eben auch das ist bösartig hallo liebe zuhörerinnen und zuhörer wir sind wieder da zerteilte zukünfte ist wieder da ich bin jan-klaas-fanträg mir gegenüber sitzt patrick buchholz und wir sind leider wahrscheinlich aus dem podcaster die ihr gehört habt wir kommen ganz einfach nicht mit neuen folgen raus wir können durch diverse entschuldigungskarten ziehen weshalb also was machen wir nicht das was jetzt machen ist humble bragging also wir benutzen jetzt diese entschuldigung dafür um uns noch besser darzustellen kennst du doch also hier kollege buchholz geht die ganze zeit fremd weil er nämlich permanent in irgendwelchen anderen podcast ist neben neben seinem nerven aufreibenden job ich erzähle die ganze zeit anstatt zu podcasten irgendwelchen quatsch über cleanfluencer bei ard brisant und solche sachen bin ich ganz zeit auf irgendwelchen irgendwie so masterclass speaker auf irgendwelchen auf irgendwelchen festivals und so ein kram nebenbei bin ich natürlich immer noch so ein bisschen professor muss irgendwie studierenden irgendwas zum thema wie funktioniert die nummer mit dem digitalen beibringen und so also wir haben jetzt einfach einen sack voll zu tun und deswegen entschuldigung 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 deswegen kommen wir nicht mit so vielen folgen raus es wird aber besser also ihr habt ja jetzt schon gesehen die folge die vor dieser rausgekommen ist ist ja jetzt quasi schon nur sehr kurz ja ja nur ja ja bla bla wie gesagt die hat mit thomas mann gesprochen auch schon so ein bisschen edelrost muss man sagen so das haben wir im titel verschleiert ja haben wir im titel verschleiert aber trotzdem ja wir haben natürlich noch so ein paar aufnahmen aus der dose und und manchmal merkt man denen das auch an dass die irgendwie auch schon irgendwie ein paar wochen alt sind oder so aber die hier ist as fresh as it gets hoffentlich ja so ist das so und die überleitung von der letzten folge unserer meme folge zu dieser ist folgende dass wir in einer letzten folge darüber gesprochen haben dass influenza und andere leute die im internet aktiv sind auf verschiedene arten und weisen zum beispiel sowas wie mit hass kommentaren umgehen ja manche leute verstehen es gar nicht und und befeuern die trolle und andere wissen das für sich vernutzen manche blühen da richtig drin auf dann gab es jetzt einen fall von einer gewissen grünen politikerin muss man jetzt aufpassen dass man nicht verklagt werden als in dresden die brücke eingestürzt ist vor ein paar wochen haben dann bösartige trolle im internet angefangen zu fragen ob diese politikerin denn nicht auch in dieser gewissen nacht in dresden war böse böse sehr böse sind auch screenshots rumgegeistert dass sie dann wohl offensichtlich mit klagen gedroht hat wenn sie das noch mal gefragt werden würde die screenshot wahrscheinlich fake gehe ich auch mal von aus ich konnte es nicht mehr nicht mehr finden auf dem account naja auf jeden fall stichwort brücken das ist die überleitung zur infrastruktur stichwort brücken und stichwort asymmetrischer cyberkrieg also vielleicht ist auch die die nummer mit dem miem krieg gegen jene hier nicht näher genannte grünen politikerin auch eine form von asymmetrischer politischer kriegs ja das klingt so daher gesagt aber das ist tatsächlich ein großer punkt großes fast das wir heute aufmachen genau so und wir wollen einsteigen mit etwas was so ungefähr einen monat her ist dass die geschichte mit den explodierenden pager im libanon so ihr erinnert euch alle in irgendeiner form sind da im libanon bei der hezbollah pager explodiert so jetzt könnte man sagen ist ja schon alles gesagt worden hoffentlich nicht also hoffentlich langweilen wir euch nicht damit wir haben da aber vielleicht einen relativ speziellen take zur erinnerung was ist da passiert am 16 17 september sind in den händen und hosentaschen von hezbollah mitgliedern pager explodiert und dabei sind es gibt unterschiedliche zahlen ich präsentiere später noch mal ein paar zahlen einige davon klingen wirklich unglaublich dass also die frage wer hat die jahrschaft über die zahlen und so egal was da passiert eigentlich muss man ganz 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 früh anfangen nämlich 2015 also fast zehn jahre her fast zehn jahre her überwachen die israelis was die hezbollah da so tut also für die die ist die jetzt immer noch nicht chat gpt oder wikipedia gefragt haben die hezbollah ist eine vor allen dingen im libanon ansässige schiitische palästinensische manche würden sagen miliz andere würden sagen terrorgruppe deren idee die auslöschung des staates israel ist deswegen hat unter anderem der israelische geheimdienst der mossad da natürlich ein enormes interesse daran zu schauen was die denn da machen und der mossad hat wohl begriffen dass die sehr 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 stark in der kommunikation auf funkgeräte setzen jetzt fragt man sich funkgeräte walkie talkies das ist doch ein bisschen old school wieso ist es als hezbollah operativ gar nicht so doof so eine old school technologie zu verwenden funkgeräte wenn die zb nur empfangen dann senden die nicht das heißt also wenn patrick und ich so ein walkie talkie haben und patrick drückt drauf und sagt hey jan was weiß ich wir gehen uns jetzt einen döner holen und ich empfange das dann hat nur patrick gesendet ich habe nur empfangen so weshalb ist das jetzt so speziell würde patrick mich jetzt auf meinem smartphone anrufen also er mit seinem smartphone dann würde sein smartphone natürlich senden aber während mein smartphone das ganze empfängt ähnlich wie dieses walkie talkie sendet mein smartphone aber auch die ganze zeit das heißt also der empfänger ist gleichzeitig auch auf rein technischer ebene immer auch ein sender das heißt also damit diese ganze nummer funktioniert unsere telefone telefonieren quasi dauernd auch in dem moment wo wir nicht damit telefonieren das ist ja auf mehrere ebene problematisch also du kannst ja zum einen kannst du die standorte einfach triangulieren über den endemasten ja aber was eigentlich noch 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 weitaus krasser ist allein weil es ein computer ist kannst du es ja auch so viele verschiedene arten und weisen hacken ja weil du ja immer irgendwelche user hast die ja doof genug sind dann irgendwas runter zu laden und irgendwelche links anzuklicken was auch immer das neueste handy spiel runter zu laden ist ja nicht kontrollierbar was dann passiert also in jeder hinsicht willst du kein smartphone in so einer organisation haben ja genau und deswegen macht die hezbollah etwas was eigentlich relativ clever ist sie geht zurück zu low tech also zu einfachen handfunk geräten sondern die idee die die israelis hatten war ja wenn die das machen dann müssen wir diese dinge auch in irgendeiner form überwachen das ist sehr viel schwieriger als smartphone kommunikation zu überwachen so haben sie dann auch geschafft und sie haben es unter anderem geschafft und das war das clevere in die supply chain der hezbollah reinzukommen sie haben es also geschafft denen diese funk geräte zu verkaufen und die waren erstens abhörbar und zweitens war da auch schon sprengstoff drin zwar damit fing die 2015 an 2022 kommt die hezbollah auf die pager idee und ich nehme an als das passiert ist werden sich viele von euch gefragt haben pager was ist das was sollen dass das doch irgendwie uralt und so auch da eben nicht es ist nicht uralt und auch ihr verwendet wahrscheinlich relativ häufig pager so jetzt werden alle schlucken und denken so könnte das explodieren wo verwende ich denn einen pager und so nein pager sind noch eine relativ oft genutzte nischentechnologie also zum beispiel in restaurants kennt ihr wahrscheinlich was weiß ich ihr vapiano oder so also läden wo man hingeht und man bestellt was und dann setzt man sich an seinen tisch und damit man weiß ob das jetzt fertig ist ob man das jetzt abholen kann kriegt man so ein ding was dann so diese die dann so ein vibrations alarm machen das ist auch ein pager und das ist inzwischen der größte markt für pager der nächst größere markt für pager sind krankenhäuser so kennt man ja aus diesen krankenhaus serien dass sie dann immer diesen diesen pager dabei haben und wie funktioniert jetzt so ein pager so ein pager ist ein reines empfangsgerät das heißt ich kann mir zu einem pager technisch gar nicht senden geht nicht das heißt das ding ist qua definition noch sicherer als ein handfunkgerät es kann nicht senden es kann nur empfangen und das ist auch in der hinsicht nützlich weil vielleicht sich jetzt einige fragen was will man dann damit anstellen für so eine hierarchisch strukturierte organisationen die haben natürlich vereinbarung vorgetroffen das heißt wenn du halt so eine wie ein krankenhaus wenn du eine nachricht kriegst weißt du was du zu tun hast wenn dann gesagt es gibt einen treffpunkt und du weißt dass du jetzt dahin gehen sollst oder dass du jetzt deine vorher vereinbarte mission ausführen sollst genau und das sind natürlich alles dinge die auch schon irgendeiner form verschlüsselt und möglichst geheim sind so konstruieren wir das also ich mache mit patrick aus dass in dem moment wo er die nachricht kriegt dass er 24 stunden nach erhalt der nachricht gefälligst mich vor dem hamburger rathaus trifft oder so und die botschaft ist aber nur fünf 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 und wenn ich das jetzt dem patrick sende und er hat ein pager dann weiß keiner wo sich patrick denn befindet weil dieser pager ja nur empfängt dazu kommt noch dass diese pager unglaublich billig sind das ist für so eine organisation wie die hezbollah natürlich auch noch super das ist logistisch total super und diese nummer mit den pager koinzidiert mit was anderem denn es geht um den herbst 2023 und die die jetzt so ein bisschen in den letzten tagen aufgemerkt haben 7 oktober 23 massaker der hamas an den israelis also der angriff der der hamas auf die israelis weshalb die israelis jetzt im streifen sind so jetzt wird das ganze so kompliziert wie denn der ostkonflikt nur kompliziert sein kann ja die hamas sind auch palästinenser das sind aber sunnitische palästinenser und die sind im gaza streifen also im süden von israel die hezbollah sind schiitische palästinenser sind eine sehr viel größere organisation werden massiv vom iran unterstützt und sitzen im libanon im norden israels rund um diese zeit ist es so dass die israelis es wohl geschafft haben unter verschiedenen tarn identitäten sozusagen zum netten supplier der hezbollah zu werden indem die gesagt haben hey ja wir haben diese pager die sind total gut und so die muss man auch nicht so oft aufladen ist auch total billig und so dazu muss man sagen diese pager werden angeblich hoch offiziell von einer firma in taiwan hergestellt ja und die hezbollah sagt ganz einfach ja nehmen wir ganz einfach mal so drei bis fünftausend das sind so zahlen die so flottieren von diesen pager war das so dass diese taiwanesische firma die lizenz verkauft hat und dann war es noch eine andere firma in europa irgendwo ne europa ja aber auch wie gesagt letzte info die ich habe sieht da auch ein bisschen anders aus okay also diese firma gold apollo diese taiwanesische firma hat ganz einfach die rechte für diese dinger verkauft das ist ja billiger scheiß den eigentlich keiner mehr kauft das heißt die sind ganz froh dass da noch eine andere firma gibt die sich diesen markennamen kauft und die rechte sichert und das zeug dann selbst produziert das ist eine ghost brand ghost brands kennt ihr auch ich nehme an viele von euch haben irgendwelche elektronik artikel von so klingen deutschen namen wie grundig oder telefunken zu hause das waren mal große deutsche elektronik hersteller und inzwischen sind das ganz einfach leere hüllen die existieren nur noch als marke und irgendwelche meist chinesischen supplier kaufen sich eben die marke grundig um mal 50.000 fernseher herzustellen die kriegen dann das label grundig und dann denken unsere großmütter und großväter noch das sei was tolles in deutschland hergestellt wie porsche ist ja auch vw eigentlich genau alles gerebranded gerebadged alles fake news so deswegen deswegen war das auch irgendwie gar nicht so komisch und die israelis müssen uns auch relativ gut verschleiert haben angeblich haben die auch noch irgendwie so low end elektronik hergestellt und an andere verkauft also ganz einfach nur so um so legit als business dazustehen und das ganze lief wohl auch über eine firma in ungarn die letzte info die ich habe aber auch da wer weiß ist dass die sachen am ende dann doch nicht in ungarn produziert wurden sondern direkt in israel krass okay die letzte info die man hat ist dass sich in diesem pager zwei doppel a batterien befunden haben und eine von diesen doppel a batterien ist angeblich sprengstoff gewesen jetzt ist natürlich die spannende frage werden die batterien nicht ausgetauscht nee das sind akkus die kann ich also mit kabel laden also natürlich könnte es so sein dass irgendjemand mal sagt ja was weiß ich wieso ist die ladekapazität nicht mehr so gut ich nehme da die akkus raus nehme da andere akkus rein oder ich betreibe das ding ganz einfach nur mit doppel a batterien aber das machen ja die allerwenigsten leute es wird wahrscheinlich werden die das ja auch nicht so extensiv genutzt haben dass das jetzt innerhalb von einer woche leer war also wie du sagst wenn das einmal im monat piepst dann hält das ja ewig ja und selbst wenn es selbst wenn es einmal die woche oder selbst einmal am tag piepst also wir erinnern uns ja alle noch an die nokia telefone die nie leer wurden ja genau so also dass die die batterien halten ewig dann kann ich es auch noch aufladen jetzt ist es also so dass die dass die israelis es sehr clever geschafft haben sehr tief in die supply chain der hesbola zu kommen das heißt also alles das was die benutzen ist in irgendeiner form kontaminiert und wartet nur darauf genutzt zu werden und jetzt kommt es zu einem problem dass es oft gibt und das problem ist alt das problem ist so alt ich hoffe einige von euch haben den touring film gesehen den touring film über die entschlüsselung der codes der deutschen durch die engländer mit dem ersten sagen mit dem er es ist nicht der erste mit einem der ersten computer die crux des ganzen ist ist dass die briten da und das wird in dem film auch sehr schön dargestellt die haben ein die haben ein ethisches problem sie können jetzt alle deutschen codes lesen und wenn sie jetzt sofort losschlagen würden dann würden die deutschen sofort begreifen dass irgendwas mit den codes nicht stimmt dann war alles umsonst dann war alles umsonst das heißt die entscheiden sich dann das natürlich eine sehr schwere entscheidung ganz einfach das nur sehr taktisch zu nutzen das heißt dementsprechend da sind eine menge alliierte soldaten gestorben die man eigentlich hätte retten können also man hat bewusst quasi wo man wo man jetzt sag ich mal einen hinterhalt gelaufen ist und das wusste hat man das diese information bewusst nicht ans militär weitergegeben und das geschehen lassen einfach aus dem grund weil man wenn man es zu oft gemacht hätte aufgeflogen ja und dann aber ich glaube es war sogar so oder dass auch in dem film dass dass man es anhand von der wahrscheinlichkeit ausgerechnet hat dass es wahrscheinlich genug ist dass die deutschen nicht dahinter kommen dass der code geknackt wurde aber trotzdem noch sie genug operationen verändern können mit diesem wissen was sie haben ohne dass es auffällt also mathematisch gelöst am ende ist mathematisch gelöst aber ist natürlich extrem extrem schwierig also wenn ich weiß ich könnte eigentlich das leben von soldaten retten wenn ich das jetzt mache aber am ende des films wird das ja auch aufgelöst dass irgendwie dass man davon ausgeht dass der einsatz dessen irgendwie insgesamt fünf millionen tote verhindert hat oder oder eine ähnlich hohe zahl also und jetzt muss man sagen ja da sind doch aber unglaublich viele gestorben im zweiten weltkrieg briten deutsche russen franzosen alle möglichen und das waren alles opfer aber eventuell wäre die nutzung dieser information die vollumfängliche nutzung ein quick win gewesen der dann am ende fail gewesen wäre das heißt also man hätte jetzt in dem moment dann soldaten gerettet aber am ende hätte man den krieg verloren im schlimmsten falle oder der wäre noch länger gegangen also das grundsätzliche problem und vor diesem problem standen wohl auch die israelis das heißt ich habe es also geschafft das alles jetzt bei der hezbollah unterzubringen und jetzt sitze ich ja die ganze zeit auf glühenden kohlen ich muss mich ja die ganze zeit fragen wann werde ich entdeckt und dann ist es eben am 17 18 september gezündet worden so und es gibt jetzt mehrere spekulationen also einmal ist die idee dass netanyahu persönlich in irgendeiner form da ein quick win wollte politisch hat gesagt so los jetzt zündet das andere stimmen sagen ja im grunde genommen hätte man es zu dem zeitpunkt oder vielleicht ein bisschen später ein bisschen früher zünden müssen weil man auch davon ausging dass irgendwann kommt die hezbollah dahinter und wenn die dahinter kommen dann schmeißt die plötzlich alle ihre pager weg der punkt natürlich der bei dieser pager attacke sind natürlich jetzt viele hezbollah mitglieder verletzt ein paar auch getötet worden und so aber das bedeutet ja dass damit die mission zu ende ist also eigentlich schafft man dann einen taktischen vorteil der eine gewisse zeit hält dann müsste man eigentlich in dem moment das nutzen also dass man wenn man jetzt einmarschieren würde aber wenn man es einfach nur so macht gut dann sind die zwar verletzt aber wenn du das nicht nutzt diesen taktischen vorteil dann ersetzen die die leute die kommunikationsmittel und dann ist es ähnlich wieder wie vorher genau und vielleicht sind die aktionen die 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 israelis jetzt fahren also natürlich auch die hezbollah hat vergeltung geschworen iran bla 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 aber damit hat man natürlich auch gerechnet also vielleicht sind die sind die aktion der israelis genau jetzt ein nutzen dieses zeitfensters denn es gibt so unterschiedliche zahlen also eine zahl sagt so ja wir haben 3000 verletzte und dann aber sehr wenige tote ich habe so eine andere zahl gefunden angeblich aus internen hezbollah dokumenten wurde mir von überm teich weitergeleitet von leuten die etwas tiefer in bestimmten sachen drinstecken und laut denen und das sind so sachen die die hezbollah nicht offiziell sagen will steht alles unter dem verdacht dass auch das fake news ist angeblich 879 tot und davon 291 sogenannte senior commanders schon krass also wenn die zahl auch nur in ansätzen stimmt dann bedeutet das also man hat man hat den laden enthauptet quasi dann noch ganz viele leute die blind sind ganz viele leute die verletzt vor allen dingen zitat in der reproductive organs ja weil es in der hosentasche hat es in der hosentasche explodiert und die leute die blind sind auch das ist relativ clever aber eben auch das ist bösartig es ist bösartig aber eben auch intelligent gemacht angeblich kam irgendeine war die nachricht die das alles zum explodieren brachte eine verschlüsselte nachricht und bei verschlüsselten nachrichten ging es darum dass man gleichzeitig zwei knöpfe drückt das heißt ich kriege eine nachricht ich sehe die ist verschlüsselt ich hebe das ding weil ich die nachricht ja lesen will vor mein gesicht drücke beide beide knöpfe und wenn dann das ding explodiert dann erwischt es mich mit hoher wahrscheinlichkeit im gesicht und an den händen also wo es wirklich übel ist ja und ich glaube auch dann in dem moment wo bei dem page an wo nicht drauf gedrückt wurde gab es dann auch dann eine verzögerte zeit zündung einfach ja irgendwann wurde dann halt gezündet also ich nehme an ganz viele von euch haben das haben dieses video gesehen wo das ganz offensichtlich in der hosentasche von jemandem in dem supermarkt explodiert und das ist nicht nur nicht nur supply chain hack also das ist ein verschiedenartiger hack ist auch auch tatsächlich dann noch mal ein software hack in dem pager also du musst die batterie kurz schließen über über software bug oder exploit den du halt dann nutzt und die wenn die batterie sich kurz schließt löst sie den zünder aus der den sprengstoff zündet genau das ist ein software das ist auch ein hardware hack ist alles das herstellen der der explodierenden batterie das ist ein hardware hack so das heißt also man ist tief in der supply chain drin da ist ganz viel human intelligence drin man hat ganz viel technische expertise und das das geht ja weiter also jetzt am 27 september haben die israelis hassan nazrallah getötet das ist der der große chef der hezbollah so und auch das scheint eine geheimdienst operation gewesen zu sein also man hat ganz einfach es geht das ist so ein bisschen wie das bin laden ding es geht immer nur darum zu wissen wo die leute denn sind und die die geschichte die ich aus zuverlässigen aber nicht offiziellen quellen gehört habe ist dass man es und auch da ein hoch auf das internet dass man irgendjemanden relativ hohes bei der hezbollah man hat dessen porno konsum dessen pornhub konsum und der hat sich wohl doch sehr viel gay pornografie angeschaut und das ist bei radikal islamischen schiiten nicht so gerne gesehen damit hat man ihn angeblich erpresst und deswegen hat er unter anderem rausgelassen wo sich denn zu welchem zeitpunkt dieser hassan ja ich habe da eine pakistanische quelle gefunden dass der wohl mittels einem handschlag mit nasrallah den markiert hat wahrscheinlich mit irgendeinem stoff den man dann tracken kann das sind visuelles oder sonst wie das stand da nicht aber ja das ist wobei auch die quelle die du da hast das irgendwie so ein pakistanisches ding bumm also ja gut irgendwie sowas wird es dann gewesen sein irgendwie sowas ihr merkt also ne so so wir haben schwierigkeiten mit hard facts wir können nur sagen das ist in irgendeiner form es gibt bestimmte dinge die wir wissen es gibt bestimmte dinge die in irgendeiner form spekuliert werden müssen so und auch ganz wichtig es ist jetzt natürlich so alles das was die leute von der hezbollah jetzt anfassen davor haben sie angst das ist ein riesen psychologischer faktor jetzt das ist es also eine riesen psychologische kriegsführungsgeschichte auch die die funkgeräte und die pager wurden nicht gleichzeitig gezündet also da gab es auch diesen einen bericht dass nachdem die pager gezündet wurden bei einer beerdigung von einem den es dann erwischt hat die funkgeräte gezündet wurden die funkgeräte explodiert sind in diesem trauerzug das heißt also genau das heißt und das das ist ja richtig richtig gemeint das heißt im im moment der größten trauer weil ich leute verloren habe kriege ich nochmal einen drauf das glaube ich da können wir jetzt mal diesen punkt aufmachen weil du hast ja auch schon gesagt das wort bösartig ist gefallen das ist natürlich auch eine riesendebatte bei uns die natürlich auch diesen ganzen krieg umfasst da geht es um menschenrechte ist das gerechtfertig oder nicht ist das verhältnismäßig und so weiter und so fort und was ich festgestellt habe als ich im juni in tel aviv war war ich da für cyber reason und da habe ich natürlich mit meinen ganzen kollegen da gesprochen und business kollegen die ich da getroffen habe also auch sehr lange politische gespräche geführt und das war spannend da waren zwei meiner kollegen der eine das sage ich jetzt um die so ein bisschen einzuordnen der eine ist homosexuell hat ein kind von einer leihmutter aus den usa was mehrere hunderttausend dollar gekostet hat das krass ist und der andere war ein krass konservativer hardliner so von der politischen meinung her also der eine liberal der andere komplett konservativ also ein jüdischer ein jüdischer konservativer hardliner ja genau aber beide israelis ne und die waren also in den sechs stunden wo wir da quatscht haben waren die sich nicht bei einem thema einig außer bei der einen frage die ich gestellt habe wie man denn jetzt mit der ganzen situation umgehen soll und dann haben die beide gesagt der gazastreifen muss komplett platt gemacht werden also die gazastreifen ja mass der krieg muss gewonnen werden da darf nie wieder irgendwas passieren und das ist glaube ich genau das problem was wir in europa haben im westen allgemein dass wir diese perspektive überhaupt nicht nachvollziehen können also wir haben da super argumente und können uns da sehr gut drüber austauschen was in unserer welt wenn so etwas passieren würde wie wir damit umgehen sollten oder würden aber was wir nicht verstehen ist dass aus der perspektive der israelis und alle anderen beteiligten im nahen osten die sind in einem totalen krieg auch nicht erst seit dem 7. oktober letzten jahres sondern seit jahrzehnten seit der gründung des staates israel das ist völlig klar also das ist indiskutabel da geht es auch genau das was manche leute diesen der israelischen regierung hat vorwürfe mit genozid dass das ist halt teil des totalen krieges dass man den feind komplett besiegt so wie es halt im zweiten weltkrieg mit nazideutschland war ja da nazideutschland hat ja auch irgendwann mal dann gegen ende eine kapitulation angeboten oder teilweise kapitulation das wird abgelehnt geht halt so lange bis eine seite komplett verloren hat und das ist glaube ich das was wir nicht verstehen das haben die mir auch gesagt ja also wir leben in einem schlaraffen land ja und man sieht ja man sieht ja auch an der an der solingen debatte ne und man muss ja sagen so solingen solingen ist so schrecklich solingen war solingen ist harmlos und wir merken ja was solingen losgetreten hat also man hört jetzt von der spd und auch von den grünen plötzlich migrations selbst kritische stimmen die noch vor einem halben jahr sozusagen unter afd verdacht gestanden hätten also so sehr bewegt man sich nur wegen diesem einen ding so also was wäre passiert wenn solingen in der schwere ungefähr so gewesen wäre wie der angriff der hamas auf israel also auch da um das ins verhältnis zu setzen weiß nicht mehr die genaue zahl ein paar tausend menschen die die getötet und verletzt wurden im verhältnis das habe ich dann mal gesehen wenn man das hochrechnet auf die bevölkerungszahl deutschland reden wir von hunderttausenden ja die israelis sind ganz einfach ein kleines land das wäre der prozentuale anteil und das das ich hatte das gefühl für die israelis also ganz offensichtlich war das was da im oktober letztes jahr passiert ist wie 9-11 nur durch einen hohen faktor schlimmer also völlig präsent da standen in jedem büro in dem ich war standen leere stühle rum für den vierten geisel als symbol also das überall war das präsent überall hingen fotos rum von den leuten und so das ist unfassbar kann man sich nicht vorstellen und ich glaube das ist das problem was wir haben wenn wir darüber reden dass wir diese realität also ein bisschen was ich am anfang gesagt haben mit den memes die verschiedene wahrheiten sind die gleichzeitig existieren es gibt verschiedene realitäten die nebeneinander existieren und man kann die eine kann sich die andere seite nicht vorstellen sich nur sehr schwer da rein denken also wenn man jetzt und das das wollen wir nicht verschweigen also die israelis machen da wohngebiete platt so und da sterben massiv palästinenser so und auch unbeteiligte palästinenser muss man sagen und deswegen ist sind da auch einige kerne bei den protesten also die pro palästinensischen proteste da ist auch da ist auch sicherlich was dran sozusagen das ist dann das ist dann auch auch deren realität auch die leben da halt permanent in so einer solchen situation aber das wirklich perfide ist ich habe so interviews gesehen mit israelischen geiseln also leute die als geiseln genommen wurden die dann versteppt wurden und die dann jetzt es gab ja mehrere mehrere wellen teilweise wurden die ja befreit teilweise wurden die freigelassen und so weiter und das perfideste was ich gehört habe war dass so eine so eine israelische hex geisel erzählt hat dass ihre hamas bewacher sich gefreut haben über jede israelische bombe die in in gaza einschlägt krass weil die nämlich ganz klar gesagt haben jede bombe die hier einschlägt ist gut für unsere sache weil sie nämlich die israelis schlecht dastehen lässt das ist eine form von menschenverachtung die ist schon wirklich next level aber auch da wenn wir wenn wir jetzt über krieg reden dann ist die frage auf welchem schlacht also es ist es ist gefühlt alles ein krieg aber die schlachtfelder sind unterschiedliche ja genau das ist das also ich habe auch letztens mit jemandem darüber geredet war die frage sind wir schon im dritten weltkrieg oder nicht und da habe ich auch gesagt ich glaube der begriff passt erstens überhaupt nicht also weltkrieg ist eine sache des 20 jahrhunderts also das sieht man dann noch in der ukraine im ukrainekrieg ja also da wird dann stellenweise entweder stellungskrieg wie im ersten weltkrieg oder manöverkrieg wie im zweiten geführt aber das ist nur ein teil dieser realität in wir sind eigentlich ist es eher sowas wie ein weltenkrieg ja also dieser krieg wird in allen möglichen verschiedenen formen geführt der wird physisch geführt natürlich mit waffen der wird im cyberspace geführt das gehackt wird es ist ökonomisch ökonomisch es ist ein wirtschaftskrieg mit sanktionen und anderen dingen es ist ein desinformationskrieg um die öffentliche meinung ja es krieg der kulturen krieg der kulturen und das vermischt sich alles also der fachbegriff ist dann eher hybride kriegsführung aber das geht so ein bisschen eigentlich an dem vorbei was die gefahr ist ist teil dieser kriegsführung ist auch dass wir in europa denken dass wir nicht im krieg sind ja weil das ist der vorteil den die achsenmächte also das russland china iran nordkorea hauptsächlich ja das ist das was die machen die wollen die post zweiter weltkrieg ordnung die durch die usa dominiert ist beenden ja und da ist da ist alles teil davon da ist teil davon dass die wahlen in usa auf facebook manipuliert werden für trump damit trump die nato spaltet das ist teil davon was was in israel passiert warum der iran die hisbollah unterstützt das ist teil davon dass china wirtschaftskrieg gegen europa führt ja also das alles und vor allem auch im cyberspace und am liebsten krieg gegen taiwan führen würde genau also richtigen richtigen und auch im cyberspace ne also das ist halt auch eine riesen nummer ne es gibt doch diesen es gibt doch diesen evergreen den wahrscheinlich alle kennen ne karl von clausewitz ne der mal gesagt hat ne krieg krieg ist die fortführung der politik mit anderen mitteln man kann es natürlich auch umdrehen dass politik sozusagen die fortführung des krieges mit anderen mitteln ist das heißt man befindet sich eigentlich in einem beständigen wettbewerb der im grunde genommen immer ein ein kriegerischer ist nur wie heißt dieser krieg geführt wird das ist dann eine frage der situation und unsere welt ist halt eben nun mal sehr viel komplexer als 250 jahren ja also auch die politik ist halt eben viel komplexer die gesellschaften die staaten und deswegen sieht man dass das die vorstellungen die vom krieg haben die natürlich auch medial geprägt ist wenn wir die ganzen weltkriegsfilme sehen und so weiter ja oder selbst der vietnamkrieg noch das ist nicht mehr die realität in der wir leben ja also krieg wird in unseren köpfen geführt unter anderem genau was hat dieses beispiel also dass die dass die hamas leute sich eigentlich darüber freuen wenn die bomben fallen weil die ganz genau wissen die waffe im krieg ja ist die bombe die auf gaza fällt die menschen verletzt die menschen tötet aber die andere waffe die dabei entsteht ist das bild der leidenden palästinenser was für die hamas hoffentlich dazu führt dass also in der in der idee der hammers das muss ich nur lang genug in den cyberspace blasen und hoffentlich beenden dann zum beispiel die amerikaner oder die europäer ihre unterstützung der israelis unter dem moment würden die israelis komplett platt machen wenn sie könnten ja sei auch so darum darum geht es ganz einfach und diesen krieg in dem wir uns befinden der wird natürlich auch vehement im cyberspace geführt und das ist da gibt gibt es eine myriade von beispielen aber jetzt eins was relativ groß war also eigentlich eines der größten so was ich in den letzten zwei jahren mitbekommen habe das war tatsächlich dass die amerikanischen telekommunikationsanbieter vor allem l tnt legal dazu verpflichtet sind durch die us behörden backdoors zur verfügung zu stellen also dass eben das fbi und so weiter die nsa die telekommunikationsdaten abgreifen können dann sowas wie vorratsdatenspeicherung die kommunikation überwachen können das geht dann alles zurück bis bis zum 11 september und dem patriot act und so weiter das ist dann in den jahrzehnten danach entstanden und jetzt ist es halt eben so passiert und das ist das große problem in der cyber security eine backdoor ist eine tür durch die nicht nur einer gehen kann und das ist halt wenn halt irgendwo anders eine schwachstelle ist wo du halt reinkommen kannst dann kannst du halt eben diese backdoor nutzen und das ist halt eben jetzt passiert dass die eine chinesische hacker gruppe namens salt typhoon hat halt diese irgendeine schwachstelle gefunden ist in diese backdoor rein bei unter anderem at&t hat die kommunikationsdaten von millionen von us bearer abbegriffen und unternehmen und das ja sozusagen offizielles durch die backdoor gehen dann gibt es ja noch dieses ne wir erinnern uns ja noch so an an snowden assange ne so also die nsa die möglichst nah am deutschen dkx knoten sitzen muss ne weshalb und so nein das das berühmte das kanzler handy von frau merkel das wurde es abgehört wurde es nicht abgehört das geht ja angeblich gar nicht doch das geht frau merkel ja auch auch das das natürlich auch der druck ausgeübt wird über alle möglichen winkeln das das haben wir gesehen bei pavel durauf der in frankreich verhaftet wurde weigerst du dich dein bei deinem dienst so eine backdoor bereitzustellen willst du zum staatsfeind ne ja und stichwort staatsfeind das ist genau das was die chefs der deutschen geheimdienste heute bestätigt haben tatsächlich ne also heute welcher ist heute vierzehnte das gesagt haben dass russland uns als feind sieht als feind staat ne also deutschland und dementsprechend behandelt ne und das also weil es ist nicht für alle eine überraschung ich finde es überraschend dass es jetzt für den geheim für die geheimdienste eine feststellung ist ne das eigentlich früher erwartet vielleicht ist es auch jetzt erst eben dass man damit an die öffentlichkeit gegangen ist was weiß was für politische beweggründe dahinter stehen aber das ist sicherheit sicherlich ein zustand der nicht erst seit heute so ist ne ja vielleicht kommt mir jetzt mein hohes alter zugute ne also ich als kind des kalten krieges das war halt eben die idee ne also das war halt das war der kalte krieg der kalte krieg war ein krieg der wurde halt nur nicht aktiv geführt also nicht nicht sozusagen mit mit bomben und kanonen aber der wurde halt der wurde halt geführt und man hat sich permanent irgendwie ausspioniert und bedroht und sonstiges also deswegen sage ich jetzt sozusagen mit 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 dieser erfahrung mich wundert das nicht nur willkommen in der realität die schon mal gegeben hat dass das heftige ist ja dass immer mehr auch klar wird ne also auch wie das stichwort kanzlerinnen handy sehen dass diese idee dass ich die 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 feinde in irgendeiner form abhöre und mich umschaue was die machen ja die ist ja nur der erste teil der gleichung also dass die die wie gesagt die nsa sitzt neben diesem dkix knotenpunkt ja dass das kanzlerinnen handy wird abgehört ne und dann eben diese dass das was du mir in der vorbesprechung erzählt hast die operation rubikon woher zu rausgekommen ist dass die cia und der bnd gemeinsam eine korrigiere mich wenn ich das was falsches behaupte eine firma in der schweiz betrieben haben crypto ag crypto ag die verschlüsselungstechnik geliefert hat die dann aber in die ganze welt verkauft wurde und unter anderem hat das dazu geführt dass die briten zum beispiel sehr gut informiert wurden über das was die argentinier machten im falklandkrieg weil die vom bnd über eine backdoor in diesen maschinen mithörten aber das ist ja ne die argentinier sind ja ein ding man hörte auch bei verbündeten mit unter anderem bei nato verbündeten unter anderem bei den spaniern und so und bei den belgiern türkei türkei ja also waren einige dabei ist also in dem wikipedia artikel ist die halbe welt da rot eingefärbt von den betroffenen nationen genau zu uns wurde alles schön abgehört und von wem von uns von den deutschen zusammen mit den amerikanern aber es war der bnd also wir können uns da nicht frei machen von diesem seltsamen zeug aber dasselbe funktioniert ja eben nicht nur auf länderebene sondern es gibt so einen anderen fall als ich den in der vorsprechung gebracht habe ich mich wunderte dass dass du noch nie was davon gehört hat es kommt auch mal vor kommt auch mal vor es geht um encro chat encro chat war eine private firma gegründet 16 hat funktioniert bis 20 und die idee von encro chat war es komplett abhörsichere und überwachungs feste smartphones anzubieten sozusagen hyper privacy und ja die zielgruppe kann man sich ungefähr vorstellen das wurde gerne genommen von der organisierten kriminalität die haben sich nämlich ganz viele von diesen encro chat telefonen gekauft und das war das war wirklich so eine hardware software lösung also man konnte dieser firma encro chat gehen und die haben einem wirklich die die smartphones gemordet unter anderem wurde das gps modul rausgenommen die kamera wurde rausgenommen und solche sachen dann lief da ein eigenes crypto os und diese dinge hatten auch die möglichkeit dass wenn ich einen bestimmten code eingebe dass sozusagen das komplette telefon gewibt wird also perfekt für drogen menschen waffenhändler und die haben es dann auch benutzt wie gesagt es ging von das ging von 16 bis 20 20 bis dann die europäischen geheimdienste es geschafft hatten da doch noch rein zu hacken und die franzosen damit angefangen am ende waren es dann die anderen deutschland hat sich übrigens nur dran gehangen als deutschland hat nur die daten von denen gekauft okay auch da so ähnlich wie bei dem beispiel mit der mit der hezbollah ist dann wieder die frage wann höre ich damit auf also wann mache ich den sack zu genau das strategische und das habe ich auch letztens gesagt in dem video was ich aufgenommen habe für den cyber security awareness month ja dass ich persönlich davon ausgehe weil es mich nämlich wundert warum wir in der cyber security noch nicht die große kai welle in den angriffen sehen wir sehen zwar einen anstieg also überall aber es ist von dem potenzial was was kai getriebenes hacking und social engineering könnte ist es noch vergleichsweise ruhig es ist total ruhig und für mich ist das strategisch ja also ich gehe davon aus dass in dem fall wenn tatsächlich die nato offiziell auch in den heißen krieg eintritt gegen russland dann wird die große schublade mit den exploits aufgemacht mit den schwachstellen und dann wird wahrscheinlich mehr als die hälfte aller deutschen kommunen erst mal verschlüsselt und so weiter also dass das eben das noch zurückgehalten wird für den passenden strategischen moment ja und bei diesem enko chat war dann eben die hat man dann irgendwann den moment abgepasst und bei bei enko chat hatte damals 60.000 abonnenten und dann hat es zu satten 6.500 gerichtsfesten festnahmen geführt ne also jeder zehnte war gericht konnte man gericht und über ganz über ganz europa als ihnen dran geht da also die kalabrische mafia und so ne niederländische niederländische drogendealer das moco mafia und solche sachen so richtig und allein in den niederlanden nur durch diese enko chat nummer ne acht tonnen kokain 1,2 ton meth wurden ganz einfach wurden ganz einfach hops genommen aber das dann eben ich nehme an dass sie das relativ clever eben gepegelt haben dass sie sich dann gefragt haben okay wann kann ich maximal beim organisierten verbrechen da den sack zu machen danach hat enko chat als als firma aber gesagt wir sind wissen kompromittiert worden leute löscht alles was ihr habt ne also die leute von enko chat haben sich sozusagen sehr kundenfreundlich verhalten und haben dann gesagt nein nein aufschluss und wir wir hören jetzt wir hören jetzt auf aber das ist natürlich also je je geheimer ich werde desto eher werde ich auch ein opfer ne also wenn ich sage ich mache irgendwas super geheimes ne dann 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 habe ich sie da die frage ist ob es nicht am ende wie bei edgar allen poe the purloined letter ist der verlegte brief der sich ja doch das ist eine kurzgeschichte da geht es darum dass ein brief verschwunden ist am ende steht sich auch der ist gar nicht verschwunden sondern der liegt ganz einfach offen auf dem offen auf dem sekretär und so ne hiding in plain sight ne also hiding in plain sight eben ne und es und es geht weiter aber genau das ist es also wir leben jetzt inzwischen in einer in einer zeit wo alles das permanent passiert und wir kratzen da nur an der oberfläche von dem was wir kratzen absolut nur an der oberfläche wir erinnern uns ja noch an die versteigerung der 5g frequenzen ne und an diese frage wer darf die 5g infrastruktur bauen und der aufschrei von den chinesen als das dann hieß huawei darf nicht weil man fürchtet da seien irgendwelche backdoors drin und solche sachen so also ja es ist es ist ganz einfach es ist die realität das wir hatten ja auch mal die eine folge ganz am anfang des podcasts über die chat kontrolle der eu zur bekämpfung der verbreitung von kinder pornografie ja pavel duroff also deswegen sitzt pavel duroff jetzt in frankreich im knast aber das spannende ist ne weshalb sitzt pavel duroff im knast weil pavel duroff so doof war sein ganzes leben auf social media auszubreiten die wussten natürlich in welchem flugzeug der sitzt und wann der dann mal über paris fliegt und so und dann haben sie den sack zugemacht so viel zum privacy und security helden pavel duroff ja und auch stichwort ki das fand ich auch ziemlich geil das habe ich im podcast von cyber reason gehört habe ich das mal nachgeguckt es gibt auch fälle in denen man ki selbst hackt also ist dann die sogenannte cdma code division multiple access ist eigentlich eine übertragungs optimierungstechnik also das heißt ich kann wenn ich code habe kann ich den zerteilen in einzelne zeilen und schicke das separat also verschiedene frequenzen in der in der einen bandbreite obwohl ich nur einen übertragungskanal habe also ich teile das auf es gibt dann einen übertragungskanal und am ende beim empfänger wird es wieder zerteilt auf die einzelnen module wo es eigentlich hin soll und das haben leute researcher gemacht und haben es eben in der kai versteckt dass sie am schadcode genommen aber es ist dann halt eben das ist natürlich dass es schadcode ist haben den zerteilt in eine einzelne code zeilen haben die einzelnen zahlen in den gewichtungsfunktionen der neuronalen netze in den knotenpunkten gesteckt großartig und das prinzip deswegen funktioniert das auch ist ist ja genau so gedacht auch im neuronalen netz ich habe ein layer mit anzahl x von knoten jedes dieser knoten punkte hat verbindung zu jedem knoten punkt in der sticht darüber und dann zerteile ich diese diese zeilen und schicke es aber dann immer nur über einen kanal weil ich immer nur begrenzt das eben ans nächsten neuronen weitergeben kann und so wird es dann zusammengesetzt und dann wird es wieder zusammengesetzt am ende und das funktioniert so gut dass das ist die theorie dann dahinter also technisch funktioniert aber so das wäre dann eben das angriffsszenario dass ich über github oder so open source einfach ein kai modell anbiete was vortrainiert ist aber was leute sich dann runter laden können für sich selbst dann trainieren können optimieren können was auch funktioniert was einwandfrei läuft wo ich nicht merke dass da irgendwas drin ist und dann wird aber versteckt heimlich dieser schadcode mit prozessiert beim lernen der kai und wird dann ausgeführt ohne dass dass ich das mitbekomme also ich kann code innerhalb dieser kai verstecken großartig und das also auch das das ist wie gesagt wir kratzen an der oberfläche von den sachen wir wissen 99 prozent nicht was geht welche 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 schwachstellen es gibt und welche verfahren nein nein dann also gerade so bei kai das sind wir so bei data poisoning also kann ich kann ich die schon bestehende kai modelle in irgendeiner form sozusagen nachtrainieren mit kram der dann auch die ergebnisse der kai kaputt macht oder so ne also da geht noch einiges also ich glaube dieses gesamte thema mit der kai jetzt ich versuche immer was richtig intelligenz zu sagen ausnahmsweise mal ich glaube diese diese nummer mit der kai wenn wir jetzt mal dieser ganze hype und so ne wenn wir das ganze mal wegnehmen dann ist das was wir begreifen müssen zum thema kai ist eigentlich die zweite stufe von digitalisierung das heißt also wenn digitalisierung 1.0 eigentlich das was mark weiser ubiquitous computing ist das heißt also in allem ist ein computer dann ist kai sozusagen die nächste stufe alles ist ein computer auf dem in irgendeiner form ein kai system läuft ja alles ist ein computer mit dem ich alles machen kann genau und als ein computer mit dem ich alles machen kann also mein auto ist mein kommt ist ein computer mein kühlschrank ist ein computer ne dass das amazon center ist ein computer alles alles ist ein computer meine meine smartwatch ist ein alles ist ein computer oder wenn es nicht selbst ein computer ist ist es sehr schnell an computer angeschlossen also diese diese experimental märkte zum beispiel glaube rewe betreibt die ne wo ich also die wo ich also 5000 kameras habe und die sehen ob ich die tüte gummibärchen rausgenommen habe oder ob ich sie wieder zurückgetan habe und dann werde ich am ende kriege ich am ende dafür die rechnung also das bedeutet selbst meine selbst mein greifen nach der tüte was ein sehr physischer akt ist ist aber sofort ein computerisierter akt es wird sofort computerisiert und gleichzeitig und das jetzt eben die also kai ist digitalisierung 2.0 auf diesen ganzen rechnern laufen quasi infrastrukturell jetzt schon und demnächst noch viel mehr kai systeme das heißt kai ist die neue software oder zumindest ist der hauptbestandteil von software die sich dann auch permanent neu bastelt und wenn man das nicht verstanden hat dann gute nacht dann versteht man auch nicht den transformativen aspekt den kai haben wird und der deswegen unter anderem auch so viele risiken birgt wie als auch alles das was wird unter anderem zuletzt besprochen und nicht zuletzt das hast du in der in der letzten folge angesprochen als du gesagt hast wir sind in irgendeiner form soziale cyborgs und memes sind eine art viren die uns als wird benutzen dass im grunde das ist auch ein angriffsszenario was ich machen kann wenn ich kai modelle habe die mit meinen persönlichen daten trainiert sind und alles ist mit einem vernetzt ja also überall kommen auch andere daten her dann sind halt auch menschen eben nicht nur als social engineering dass ich irgendwo jetzt jemanden manipuliere ohne dass der es mitbekommen sondern menschen sind auch einfach erpressbar also dass ich sagen kann hey wir wissen welche sexuellen vorlieben was hey du hast schulden mach das und das dann überweisen wie der bitcoin ja also ich kann menschen sozusagen dazu nötigen oder oder drängen oder kaufen am ende um gewisse sachen zu machen ja und wenn das nur ist steck mal den usb stick bei dir ins unternehmen rein im atomkraftwerk oder emotional a1 dass ich also sage ich messe mit laufend aus in welcher stimmung du dich gerade befindest dementsprechend macht mir eine gute kai vorschläge wie ich dich in dieser situation social engineer könnte so also ich suche mir ich suche mir irgendwelche dinge die dich total triggern und dann wenn meine kai feststellt jetzt ist patrick aber total auf 180 das heißt ich gehe davon aus dass seine rationale entscheidungsfähigkeit jetzt maximals runtergesetzt wird dann gebe ich dir sozusagen erst den prompt von dem ich hoffe dass der dazu führt dass du dann irgendetwas machst oder irgendetwas sagt ich mache es andersrum ich führe ich führe diesen zustand des stresses herbei so wie es bei mir gerade passiert ist als wir hier technische probleme hatten offensichtlich haben die chinesen uns gehackt und treiben mein stress level gerade in die höhe ja und dass ich so genötigt bin mir ein bier zu holen um jetzt wieder runter zu kommen damit wir weiter aufnehmen können aber das ist es und das könnte ich das kann ich ja eben dann auch mit mit kai auswerten also was was führt dich habe ich habe ich sozusagen eine library von situationen in der an denen ich auslesen kann was dich dazu bringt bist du jetzt in dieser situation was muss ich dir jetzt sagen damit du das und das machst und dann bist du der du an das an das computersystem angeschlossen bist weil du programmierer bist weil du administrator bist weil du ganz einfach nur user bist ja dann bist du der carrier marshall mcclewin der medienphilosoph hat ja mal den faszinierenden satz gesagt vielleicht sind wir nur die sexual organe unserer technischen medien also vielleicht ist genau das so also in in genau diesem punkt also wir sind permanent an rechner angeschlossen wenn ich irgendwas von dem rechner will dann manipuliere ich sozusagen die das das sexual organ des rechners den menschen ja und ich meine wir wissen ja eh schon dass dass der mensch häufig in der cyber security die schwachstelle ist aber es ist nicht nur die schwachstelle es ist auch eine engstelle dann also ich wie viele menschen gibt es die das haben wir eh gelernt nicht nur systemkritisch sind sondern die auch dann eine person von einer sehr geringen anzahl von personen sind die system kritisch sind also wie viele leute gibt es die ich sagte gerade atomkraftwerk die da notwendig sind um das system am laufen zu halten so und wenn ich die halt eben ausschalte wie auch immer also nicht umbringen sondern manipuliere dadurch dass dass ich die einfach nur stresse oder der privates leben aus dem gleichgewicht bringe das ist eben alles machbar und diese daten sind halt überall gesammelt wenn überall kai im einsatz ist eben und das sind dann und das sind auch oft nicht die entscheider also jetzt sondern die die lustige geschichte der geheimdienste günther guillaume war halt immer nur der taschenträger aber das das sind die leute die man braucht man braucht was weiß ich den sekretär die administratorin den taschenträger weil das die leute sind die dann auch den maximalen zugang haben und am ende haben wir gesagt ja dem guillaume den hätte ich sowas gar nicht zugetraut ja gerade drum also das war damals von der stasi also großartig und intelligent gemacht das ist ein typ wie den guillaume genommen ja genau das ja wir sehen also das sind die eng stellen wir sehen also die zukunft wird nicht unbedingt rosig sondern eher hyperkomplex da kommt noch einiges noch viel material verfolgt wir sind noch lange nicht fertig also wenn ihr jetzt schon aufgeben wolltet und die hoffnung verloren habt wartet noch es wird noch schlimmer es wird noch es wird noch schlimmer bucht jetzt schon mal eure digital detox retreats irgendwo so ist das aber nicht in australien da gibt es nämlich giftige tiere grüße gehen raus an david sehr gut das ist doch ein schöner wilder abschluss für diese folge genau also dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal und 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 Untertitelung des ZDF, 2020